Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server E-Zell. Yeah, let's get into the shop action right now. So, ich wollte euch von einem richtig nicen Investment erzählen, aber zwei Drittel davon sind schon wieder weiterverkauft. Denn ich hatte mir 3 plus 5 Raymis für 10 Gem Pro gegönnt. Und zwei davon schon für 11 Gem pro weiterverkauft. Und einer ist noch da. Ja, den will ich auch für 11 Gem anbieten. Und dann geht die Luzi aber ab, was den Gewinn dann betrifft. Also, wenn ihr euch vorstellt, dass der hier schon verkauft wäre. Und ja, ich habe auch meinen normalen Raymis rüber gemacht. Damit ich schneller zu den Angeboten jumpen kann, wenn ich was Nices finde. Jedenfalls, ja, wenn ihr euch vorstellt, der wäre schon verkauft und wäre schon wieder bei 41 Gem, was schon wieder ganz nice wäre. Und ja, ich habe halt sofort gesehen, das waren gute Raymis. Die waren gepflegt, die hatten Auslauf. Die waren oft in einer frischen Luft. Die hatten richtig schönes Fell, tolle Tiere. Ja, also, ja, Glückwunsch an die Leute, die meine, die zwei Raymis und die anderen, die ich je verkauft habe, ja, schon gekauft haben. Einer ist noch da, aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online ist, könnte dieser auch weg sein. Also weiß ich es not. So, let's go. Ja, wir fangen natürlich wieder bei den günstigsten Sachen an, damit wir uns hier schöne, günstige Sachen gönnen können. Hoffentlich kommt nicht wieder so eine, ja, so eine katastrophale Verwirrung wie die letzte Folge durch die, ja, durch die Buffrollen-Anpassungen. Hm, ich komme nicht drauf klar, dass das jetzt Sprint ist. Meine Jüte, ey. Ähm, das sieht immer aus wie dieses komische, mentale, nee, irgendwas anderes, Fluchabwehr oder irgendwie sowas. Na auch egal, so, dann steppen wir hier mal, während ich hier durch Uruga steppe, scrawle ich, besser gesagt, mal weiter durch die Shops. Zu schauen, was ich hier nices getten könnte, hoffentlich irgendwas. Denn außer die Raimis hatte ich nur so ein bisschen kleines Zeug noch gekauft. Achso, ich wollte euch ja noch mein nices Haus zeigen. Äh, hoffentlich schaut ihr so weit. Ich habe mir nämlich ein neues Haus gegönnt. Und mal hier alles voll mit Gold, alles voll mit Gem und das macht sogar so eine witzige Rolle. Und jetzt, bam, jump, jump, jump. Aber Vorsicht, vielleicht ist es einer von diesen, äh, wie heißen diese Monster, die aussehen wie Kisten, aber Monstern sind. Und, äh, ich glaube Morph, Monster oder irgendwie something like this. Ähm, ich habe nochmal kurz geschaut, wie lange ich schon aufnehme. Jetzt back to the shopping business, denn wir wollen ja noch ein paar nice Schnäppchen getten. Ähm, ja, mit S-Karten, obwohl es keine S-Karte ist, sah es irgendwie so ein bisschen aus. Ähm, die eine, wollte ich sagen, kann man auf jeden Fall noch nice Gewinne machen, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt, wenn ihr so ein bisschen kalkulaten könnt. Ähm, wie viel, für wie viel man den Stuff weiterverkaufen kann. Ich habe mir, achso, ja, ich habe mir eigentlich auch eine gegönnt. Oh, das sieht schon wieder so unsortiert aus. Das kann eigentlich nicht sein. Moment. Ähm, hier ist, machen wir mal, ja, das passt. Okay, das passt auch einigermaßen. Wenn wir hier so eine Random-Reihe einbauen, ich weiß nicht. Also zu 100% bin ich nicht überzeugt. Jedenfalls habe ich mir hier diese, ähm, Fino-S-Karte für 65 Gold gekauft. Ja, da Speck, spekuliere ich drauf, dass die ein bisschen mehr wert ist. Ähnlich wie Speck, der viel wert ist. Vielleicht gibt es ja so eine Art Luxus-Speck or something. Wie einen Baum und genau. Aber wir haben auch genug von Speck gere... Uh, das ist very interesting. Vor allem für meine Jägerin brauche ich irgendeine... Ich glaube, ich brauche sogar noch so eine Schuhe. Boah, die gönne ich, die gönne ich mir sofort, Alter. Vor allem, weil die sind mehr wert und außerdem... Hä, wo ist denn der Shop? What the Frick? What the Frick? What the Frick, Bro? Wo haben die denn den Shop hin versteckt? I can't believe... No, no, no. Da reite ich die mal hoch. Nein, 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 nein. No, 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 no. Schuhe, 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 Schuhe. Getten, getten, getten. Yeah, nice. Witzig wäre gewesen, wenn ich statt Gold Gem gesehen hätte und mir die gegönnt hätte und dann eben 25 Gem verschwendet hätte. Ja, das wäre echt lustig gewesen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich brauche auf meiner Jägerin noch die Schuhe. Wenn ja, dann werden die instant ausgerüstet und wenn ich die doch schon habe, dann verkaufe ich die halt weiter, weil die sind mindestens 50 Gold wert, wenn nicht sogar einen Gem. Ja, danke an XArng. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas Nices getten können. Ja, schaut nicht so aus, aber trotzdem noch viel Glück beim Verkaufen. Ah, ihr müsst euch mal diese komischen Sonnenblumenhüte anschauen. Das kann ich von hier sehen. Oder Gesichtsschmuck oder wie man auch immer das nennt. Richtig witzig. Auf was für Ideen hier die CS-Entwickler, CS-Shop-Leute wiederkommen. Tja, kann man mal sehen. So, ich glaube, wir waren bei 25 Gold. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich aufnehme. Ja, so ein, zwei Minuten kann ich euch noch gönnen, Leute. Wie gesagt, ich will wieder nicht, dass das eine Milliarden Jahre dauert, was den Upload anbetrifft. Und wenn ich irgendwann eine schnellere Upload-Rate habe, dann werdet ihr wieder mit Fiesta Online-Videos Folge baut. Ähnlich wie ein Haus, das man baut. So, was haben wir noch? Uh, ach schade. Also wenn das Con-Guess wäre, huu, also dann wäre dieses Hemd mehr wert. So, aber nicht, nicht, nicht so ganz eigentlich. Ja, weniger. Deswegen scrollen wir hier mal schnell weiter. Ja, wenn ihr diese, wie diese Episode gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Like da, bro. Und auch einen Kommentar, den ich dann vielleicht eine Woche später was something like this beantworten werde. Ähm, was haben wir hier schönes? Äh, eigentlich gar nicht sowas schönes, weil es Kreuzröderzeug ist. Das hier wäre interessant, wenn es 75 wäre, ist es aber nicht. Denn wir leben ja nicht im, es wäre was, wenn auch immer, Land or something like this. Na ja gut, auf jeden Fall, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest ein paar nice Viesta-Online-Tipps bekommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Uh, wird es vielleicht wieder ein FS3-Video sein? Sei gespannt. Sei gespannt. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.